ich komme hier nicht das werfen wir sollten stein werfen dann nicht dann machen wir das jetzt so mit auch wieder Nein! Kannst du bitte wieder gehen? Oh, ist das fies. Du kannst halt nicht weg... Hast du auch schon was bei YouTube hochgeladen? Nee, ich habe aber gestern den ganzen Tag den ersten Stream geschnitten und gerendert. Das hat ein bisschen gedauert, weil... Ja... Hat ein bisschen gedauert. Ich habe halt auch längere Parts und so gemacht. Ich habe das schon hochgeladen und auch beschriftet und so. Ich muss jetzt nur noch das einplanen. Aber dazu kam ich gestern nicht mehr. Ich habe das bis 2 Uhr oder so gemacht. Bei Horizon ist halt... Hier gibt es so viel zu entdecken. Hier sind so viele Farben und sonstiges und da braucht das Programm dann halt ein bisschen länger. Wegen der Qualität auch. So, kann ich das jetzt hier... Oder liegen die Dinger hier noch rum? Oder liegen die Dinger hier noch rum? Ich glaube, ich muss außen rum gehen. Horizon ist das Erkundungsspiel schlechthin. Ja, Sache. Werbung passt sich an. Jetzt Playstation und Sky. Okay. Kontrollier... Ich kann... Ich weiß nicht, was da für Werbung kommt. Keine Ahnung. Ich habe schon einen Euro verdient. Voll... Hallo, Dark Reno. Weißt du, so klatschnass, aber Wasser am Stiefel geht gar nicht. Ja, das... Das geht echt nicht. Noch einer. Gute Nacht, schlafe ein. Denn der Hippo kommt... Jetzt habe ich den Fahn verloren. Der erste Euro, erstmal einen Rahmen. Ja. Schlafe ein. Er ist allein. Ach, die verschwinden dann auch. Okay. Shake your booty. Shake your booty. Also ehrlich gesagt, ich bin mir letztes Jahr bei der Flut die Schuhe ausgezogen, weil so... Bäh. Ja, wenn die Füße nass... Also die Schuhe nass sind und die Socken und so... Und dieses eklige... Äh... Ja... Dieses matschige, eklige Gefühl an den Füßen dann. Hat der gerade gekackt? Ja, ich brauche diese komischen Sachen, die er da auswirft. Daher habe ich heute nicht viel Zeit. Daher bin ich auch schon wieder raus. Wünsche euch noch einen angenehmen Abend und viel Spaß, die Hübsche. Dankeschön, Seraph, dass du da warst. Ich wünsche dir auch viel Spaß noch. Kann der jetzt mal hier ein bisschen... Los, schieß mal raus hier, deine komischen Kapseln. Meinst du, das Pflatsch... Pflatsch... Platsch... Ja, dieses... Ja, das ist richtig unangenehm. Ich greife den jetzt einfach an. Komm. Ich will auch seinen Loot haben. Komm mal hier. Putt, 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 putt. Ah, der sieht schon unheimlich aus. Ja, komm mal ein Stück näher. Komm. Komm. Du sollst näher kommen. Oh, wo habe ich den denn geschossen? con mir. Mann. Geht voran! Das war's wohl! Ich sollte bei den Breitschlunden nach Schoten sehen. Menos General verbuggt wird, nicht aus Runde 2. Ja, das ist nervig, habe ich gestern bei der Ausgabungsstätte auch schon gemerkt. Wie komme ich jetzt dann nach oben? Ich will ungern jetzt hier runter. Ich muss halt da noch weiter nach oben. Hm, hm. Okay, Keks. Geil, die Wolken gerade aussehen. Wo im Spiel? Hier? Boah, ja, Tatsache. Sieht wirklich sehr schön aus. Ich finde das halt auch voll geil, dass die Wolken sich bewegen und alles. Schauen wir mal, da gibt's anscheinend irgendwie einen Weg nach oben. Nur die Stelle finden, wo ich da vielleicht hochklettern kann. Naja, lande ich eben wieder und gehe ins Mittelalter, Leute verkloppen. Mach das. Mach das. Ich hab keinen Platz. Das kommt in meinen Vorrat. Komm ich da hoch? Ich will hier halt nicht klettern. 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 Und wieder Pause. Hallo, Pierre. Gibt's doch nicht. Und hier kamen wir ja. Das erwöhnt mich gerade dezent. Moment. Oder hätte ich die beiden nicht killen sollen? Wie meilt Lisa's Hamster? Was? Ich dürfte gar keinen Hamster haben wegen Allergie. Ich glaube, ich bin gegen Hamster auch allergisch. Dann mach ich's halt so. Mal gucken, ob ich damit weit komme. Ja, ja, so. Witcher-Style. So habe ich mich in Witcher die Berge hochgekraxelt. Verlässt das Spiel. Wow. Toll. Wo ist jetzt noch so ein Breitschlund? Ich muss schon zurückkehren. Ich will aber noch einen. Ich brauche ein bisschen von dem Material. Oh. Na gut. Nacktmulch. Ja. Nacktmulch. Ja. Ich hab was du brauchst. Ruf auf, es war super. Keinen Moment zu früh. Was ist mit Wars? Ich hab seine Tasche wieder. Hoffentlich die letzte, die ich begrabe. Aber jetzt muss ich die Waffen vorbereiten. Hoffentlich wird das reichen. Wird reichen müssen. Hallo Scotchy. Eine Tierhaarallergie habe ich eigentlich, bin ich nicht gegen das Fell selbst allergisch, sondern das ist die Speichel von den Tieren. Ja, im Dunkeln sieht das cool aus. Alle bleiben in Deckung, bis ich das Signal. Geben. Bleiben hoch. M Okay, Kunst supuesto. Oh! Oh! B! Alter! B, Nilo! Oh! Oh, das ist dieses... Das ist diese... dieser Dino! Lass mich in Ruhe! Ich kenn dich noch nicht! Boah, der sieht so geil aus! Ich will den haben! Als Haustier! Wie viel Action wollt ihr? Ja! Boah, der sieht cool aus. Ja! Kaptur! Oh, der ist so hammer. Ja, wir haben es jetzt verstanden. Ja. Ist das hier unser Zuhause? Das hier ist unser Zuhause. Die Jungen wussten wohl doch, wie man schießt. Diesen Sieg schulden wir dennoch dir, Jägerin. Ist aber Allergie auch nicht schlecht. Ja, wegen irgendwelchen Protein oder so in der Speiche. Aber dennoch sollst du den hier haben. Ihr habt meinem Volk gedient und wird dir dienen. Oh, dieser Griff ist ja wie so ein Katana. Geil. Warte mal, was ist mit dem Loot? Loot? Was für eine angenehme Überraschung. Solltest du nicht im Wachdienst sein? Was kann ich später aus dem Vorrat nehmen? So. So, hier ist noch eine Leiche. Von hinten nicht auch welche? Da. Das hier ist unser Zuhause. Da freue ich mich schon. Sieht mega aus. Das sah wirklich cool aus. Gut, Loot. Guck uns mal den Bogen an, Notte. Müsste der hier sein. Oh, der sieht richtig sexy aus. Scharfschussbogen. Ja. 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 Den habe ich ja ein bisschen verbessert. Das ist aber für kleine Distanzen, nicht für weit. Den muss ich glaube ich erst mal verbessern. Ah, der sieht echt cool aus. So, dann haben wir das hier geschafft. Kommen wir weiter. Ah, guck mal, hier ist das Gebiet von dem. Und danach machen wir mal die Nebenaufgabe hier weiter, oder? Mit dem Schatten im Westen. Das ich mal ein bisschen irgendwie vorankomme. 30 Minuten Pause. Der Schlippi im Westen. Ach. 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 Da ist Loot. Wie komme ich da ran? Warte mal, das sind doch andere, oder? Da ist auch ein Wildschweine. Das sah jetzt gerade anders aus. Wildschweine. Ich muss mal ein bisschen wieder auf die Tiere achten. Waschbären. Waschbären. Weil ich brauche einige andere Arten von Tieren, um meinen Beutel und so zu verbessern. Komm zurück, Driver. 27 Euro. Ich habe mir Pikachu und Haus schon gekauft. Lieferzeit. Zwischen 22 und 30 Tagen. Bitte was? Animos, danke für den Follow. Fandest du mein Sjongoku? Es sah richtig gut aus. Hast du super gemacht. Habe ich ja eine Reaktion auch, ähm, dargelassen. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Echt super geworden. Wie lange hast du dran gesessen? Du hast ja geschrieben, dass das eine Weile gedauert hat. Hallo MG. Okay. Waschbären und. Lagerfeuer. Und das sieht hier nicht mehr sehr bewohnt aus. Wir kennen uns. Ich bin der Rucksack voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Dann habe ich den Schall nicht gelegt. Ich bin der Rucksack. Ich bin der Müll. Ich bin der Rucksack. Ich bin der Rucksack. Und dann habe ich das. Ich bin der Rucksack. Ich bin der Rucksack. so kann er zuschauen habe die mission endlich fertig 8 tage insgesamt ordentlich ordentlich aber hat sich gelohnt ist super geworden dann steht in vierfachen einfach besser das sieht schon cool ziemlich cool aus aber die arbeit hier muss heftig gewesen sein mit diesem das ja ist so zu flechten und so dass das hält nämlich natürlich gerne mit hat sie so ein herrscher so eine herrscher pose ähnlich wirklich mit dem schmetterling guck mal ja lisa sie macht einen schnee enge wunderschön könnte auch den schmetterling im vordergrund machen wäre auch cool so Vielen Dank. Vielen Dank. Oh mein Schmetterling! 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 Ich habe etwas kleines essen. Oh, da ist er! Schwach gegen Elektrizität! Schon sexy! ich mag die wir haben halt was von so einem raptor also sind es hätten eine art raptor erinnert mich an so ein velociraptor und scheiß richtig geil kann man ja würde ich stechen naja nicht wirklich tot zu spät haben wir angeflogen kommt geil der schmerz hey mit die komme ich ganz gut klar geile viecher die mag ich vermisste ein arg raptor rudel ja ja da werde ich mich auch drin verlieren wenn es soweit ist gerade ein bisschen dass das ein bisschen luft ist damit ich das spiel dann auch spielen gucken kann gerade habe ich habe ich etwas zu viel mit dying light 2 open world und horizon habe ich gerade genug open world spiele als projekte da sehe ich doch einen lang hals aber den müssen wir ein anderer sein oder haben wir den oder sehen wir sehen wir den gerade so ein fragezeichen und wir müssen halt hierhin ich arbeite mich hier gerade so ein bisschen durch etwas luft ist damit du es genießen kannst richtig na ich genieße die spiele so oder so das ist mir zeit siehst du siehst du siehst du siehst du bist du siehst du dich du siehst du siehst ja ich bin ja die ganze zeit hin und her und gucke mir alles Musik gerade so bedrohlich. Hallo? Ah, guck mal. Gehörst du mir? Oder auch nicht. Reißen und zerfetzen. Hat es seine Frage beantwortet? Wo lebt hier wohl keiner mehr? Das verstaue ich für spät. Da habe ich zu spät. Oh, die wurden alle ausgelöscht. Vertikale Schockfallen sind jetzt zum Herstellen und Platzieren verfügbar. Diese speziellen Feind können so fliegende Ziele als auch Gegnern am Boden scharen zufügen und sie betäuben. Auch fliegende Gegner? Ja, geil. Das ist ja cool. Ich hasse fliegende Gegner. Die Maus testen. Ja. Die Maus testen. Die Maus testen. Das ist ja cool. Was ist ja cool. Nicht schön. Vielen Dank.